Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man das Windows 7 telefonisch aktiviert, so wie bei Windows XP. Und weil es eigentlich nur über das Internet man aktivieren kann, möchte ich euch zeigen, wie das jetzt geht. Normalerweise gibt es hier unten das Feld andere Optionen, ist leider nicht da. Um jetzt es telefonisch aktivieren zu können, kann man mal hier, Slow 4 eingeben, wichtig ist dieses Leerzeichen hier unten. Eingeben, Enter drucken und hier ist ein Standard auswählen. Weiter und wie gewohnt, wie bei Windows XP es aktivieren. Man kann es aber auch über die Ausführungsexte hier so öffnen. So, das war's.